Seemals Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute eine Kanalvorstellung diesmal Nocho Lars Doe Emsky Niko Es ist ein Gaming-Kanal oder man kann auch sagen ein Push-Kanal. Er trifft das so Push-Live-Streams wo andere YouTuber vorstellt und so weiter und so fort. Er hatte hier jetzt mal aufgelistet zum Beispiel wieviel Abonnenten er erreichen möchte und normalerweise kann ich hier schon ein Häkchen dran machen. Das haben viele YouTuber wo ich gesehen habe erst ein X das noch nicht erreicht haben und dann Häkchen Jo du hast schon die 201 Abonnenten erreicht. Dein Beitritt war am 27.05.2016 3518 Aufrufe und hier steht auch ich bin ein ganz normaler Gamer gerne Titel spielt die von euch empfohlen worden sind. Ich spiele alle von kleinen bis großen Titel also er spielt so ziemlich alles und auch Argario so sein letztes Video war Rainbow Six Zeig vor fünf Stunden. Er macht meistens immer Livestreams. War mir aufgefallen weil es ihm anscheinend mehr Spaß macht Rocker's Ledge das gibt man glaube ich schon über Steam. Kann das genau sein. Ich glaube ja das müsste ziemlich das Spiel sein was man Kongrofter gespielt hat und meine Stadt ist ausgewachsen. Der König hat da auch irgendwas gespielt und Slider.de. Oh das geht leider auf meinem PC nicht oder so im Grunde auch immer. Das hat er auch gespielt. Wenn ihr auch gerne einen Zockerkanal euch anschauen wollt dann klickt einfach mal bei seinem Kanal rein. Das Zielbild ist wirklich cool was du gemacht hast. Mehrere Spiele eingefügt wo da sichtbar sind. Dass man einen Überblick überhaupt erst mal bekommt was du alles so spielen tust. Du spielst wirklich vor Minecraft Agario Einfach alles und das richtig nice und das Ihr habt Profilbild sieht auch richtig cool aus und vor einem Monat dein Score in Agario Schüben dieser Score war wohl zwei Millionen 800 3.000 265 und dein Video dran und auch wohl nicht schlecht und hier die folgen ich Puschel die Stratz einmal über vier Stunden gestreamt Aspekt über zwei Stunden also du streamst mega oft und wünsch dir weiterhin einen guten Erfolg dass du weiterhin mehr auch mehr Abonnenten bekommt. So kannst mir gerne mal YouTuber vorstellen die ich selbst vorstellen könnte jetzt könnte gerne mal seinen Kanal euch anschauen oder mir auch Vorschläge geben wen ich als nächstes vorstellen kann wünsche ich noch einen schönen Tag und Ciao Pies und Out Leute und ich freue mich dass ihr euch das Video angesehen habt und bis zu meiner neuen Kanalvorstellung Ciao